hat eigentlich jemand von euch schon mal mit mir gespielt ja ja ich hab ne weniger weil ich ein geschenk bekommen habe digga warum verrückt sich immer wieder die gleiche scheiße wegen auch wenn es in taktik wenn es in taktik wenn es in taktik ob uns kommen ich habe macht die wenn es in taktik ich habe gehört dass da jemand gelandet ist vorher jetzt ein paar granaten auf das schloss weiter er ist hier bei mir als sicher ist sicher ist es gut passt auf ja das ist bestimmt wenn es den gewesen oder war ja gut oder war schlecht was war ihm geschehen ich habe aus meinem geschenk die minigun jetzt noch einer NULL oh mein Gott Power Up hab ihn okay Finishing oh digga geile 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 bock oder kann wer hat die Pump oder sowas hast du gesagt das schien und noch ein bisschen mehr jemand nie kann ja 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 jetzt niemand mehr abzutönt ja 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 mach grad die Bandkentaktik ich umgegen eine von der Wand weg zu die Wand weg geht ähm hol ich meine Minigun raus schlag sie aber weg ich hab alle her ich hab im Rift alle los geht's los geht's abzutönt hab Bock mir zu schlacht zu boah lol die fliegen grad im Illuminati Dreieck hab sie schon gesehen oh guck wie das sieht aus im Illuminati Dreieck das ich sehe ein one people I can see two people i can see Minigun beine lol du bist von der Parlemnestone ähm kann ich die goldene Penaulten. Ich habe eine epische. Ja, halt kriegst die epische. Da Baller wie Leuchel. Pass auf. Ich hab Matt Kittich. Braucht jemand Matt Kittichlex hier. Da liegt's. Da liegt's wer braucht. Warte. Kann gekallt. Ich brauche auch Minis. Wer hat Minis? Meier. Wer hat Minis? Der kommt zu mir. Ohne mehr. Okay. Hat jemand eine Schleifermonie? Sniper. Sniper hab ich. Danke. Attack. Die machen Attack Leute. Pass auf. Sie wollen uns angreifen. Sie sind alle. Da. Sie greifen uns an. Hinten. Eine Hitze gegeben. In der Luft. Schallgedämpfte. Da unten bei der Baustelle. Danke. Das angreifen. Okay komm, das angreifen. Da liegen noch Minis. Die gönn ich mir ganz schnell. Warte. Hier nimm. Hab Post zu dem wie nicht. Ich muss das mit. Zack. Ich wasch ich hab'n. Weblog. Bin hier oben. Jetzt geh ich hier hoch. Komplett oben. Unten ist alles. Das kann ich gar nicht weiß. Von. Digga was machst du? Uh. Digga ich bin fast tot. Puh. Die beiden müssen dann zur Squad Hilfe Leute. Hilfe. Hilfe jemand. Ich höre allem. 蛇 nicht mit Entgedaten locations. Da bas. Ich bin Frage. Hinten, hilf' dir. Александр. Gemmels destination. Kommentar. Komm'. Ich ham' das nicht. Komm' ich mail' hinab' das machen und schuldige musste der rest machen muss man nie helfen da bei mir ist er ja er ist tot nein nein das hat immer mit ja ich habe hier so viel das ist ja richtig für free gewesen ich habe zwei mädchen hier liegen drei mädchen also drei mädchen da muss mit haben ob wir hier ich brauch ich hab mädchen da braucht mädchen ich hab drei stück wer mit gebraucht er kommt zu mir ich hab die ich hab die gar nicht gesehen hier liegt noch eine goldene und sich von mir ich hab jetzt drei goldene wochen das ist nicht soweit einer starken ins auto einer einer steigt nur zwei ich und einer steigt nur das auto der rest muss ganz normal oder sie finden selber ein auto ich hab gefehlt ich fehle grad ist egal bruder hier ist wieso noch ein weg ab in die sohn dann auch dann auch Ja. Oh, der ist ja gar nicht verblendig geflogen. Ich sehe welche im Flugzeug, wo sie schießen. Oh, ein Headshot. Ja, ja. Auf jeden Fall. Die kommt, die kommt. Ich gehe hoch. Ich bin groben bei allen. Das sind tausend Spieler. Egal, der wascht mich. Ich krieg ihn mir nicht weg. Wenn es ging, komm her. Ich baue dich ein. Fakt, hier. Der kommt, der ist von welcher. Mach rein. Wieder. Dynamo. Ich helfe dir. Es ist auch viele. Es ist auch viele. Hilfe. Hilfe bitte. Ich helfe dir. Ich habe den ganzen Sport fast. Ich habe fast den ganzen Sport fast. Okay, ich habe fast den ganzen Sport fast. Dynamo, ich helfe dir. Ich helfe dir. Danke. Ich habe drei Mad Kids. Ich wusste, dass irgendwann jemand drei Mad Kids braucht. Ich habe drei Mad Kids. Gut, Digga. Ich habe drei Mad Kids. Eins für mich und zwei für euch. So, eins. Hier ist noch ein Rift. Hier ist noch ein Rift. Hier liegt eins. Oder? Ja. Ich geh mir eins. Ganz schnell. Hier sind zwei Rifts. Hier sind zwei Rifts. Nicht cool. Digga, kommt. Ich habe Luft. Ich habe alles. Okay. Wenn wir da hinten sind, machen wir Luft. Okay. Wenn wir da hinten angekommen. Wir werden angeschossen, Leute. Ich werde selber. Ich werde wieder angeschossen, aber niemand kraft mich. Von denen. Kommt alle Luft. Er kommt alle zu mir Luft. Herr Luft. Alle. Komm gleich ganz schnell. Ganz schnell. Mach ganz schnell. Nein noch. Ja. Warte. 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 Tipp an. Feuer. Ja gut. Okay. Los geht's. Nein. Ab in die Sonne. Ich habe genügend Leben. Lass jemand verbrände. Lass jemand verbrände. Ich habe ja wie so einen zweiten Rift da hinten. Da hinten kommt der. Kommt der. Kommt der. Ich ziehe ein. Okay. Er ist abgehauen. Ihr kommt mit, kommt mit, alle kommt mit. Kommt mit. Ich warst schrattig. Ich hab keine Match, Leute. Ich hab einen Whift. So, jetzt geh ich von hier oben. Kommt, Hilfe, 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 Hilfe. Und jetzt geh ich weiter wieder in einen Whift. Und geht so, es geht die Dynamo. Ich hab vergessen, Match abzufahren, Leute. Oh mein Gott. Oh, von oben. Er kann das gut von oben. Ich bin hier Medifacin. Hab einen. Gefinisht. Ich komm mit die Normen. Oder noch nicht. Der, ich gönne mir das Mad-Kills. Ich hab sieben Kills. Ich gönne mir Mad-Kills, Bruder. Der, ich hab sieben Kills. Ich geh mir ganz schnell mit. Ich schaff dir das. Ich schaff dir das. Lebt ihr alle noch? Nee. Einer lebt nur. Ist schon tot. Okay, da wasch jemand rein. Pass auf. Ich komme. Da kommt noch jemand. Da kommt noch jemand. Da kommt noch jemand. Ich wasch alle. Kommt er. Kommt ganz schnell her. Buki. Gefällt. Hier ist noch jemand. Okay, er ist schon tot. Er ist tot. Er wurde gesneipt, der, der nicht meinte. Der wurde schon da hinten gesneipt. Komm, lass den, und das Lut nehmen. Den Lut nehmen. Ne, meint ich. Minis, Minis, ganz schnell Minis. Warte. Ja, kommt der alle zu mir, die Minis brauchen. Digger, wer hat Lagerfeuer? Ich, ich, ich. Legs mal hin. Ich hab doch eins. Ich hab keins mehr. Warte, lass mal zum MyCard hochgehen. Bevor die uns das... Okay, die haben uns schon einen MyCard weggesteilt, aber ich bin oben. Ich bin oben gekommen, noch. Ich hab Funfact 4. Mh. Oh, natürlich schon, und natürlich schon, und natürlich schon. Ey, sind Gegner. Habt ihr nicht bemerkt? Nein. Oh mein Gott. Hier bei mir, meine ich. Ich zerstöre grad jeden. Ja. Ich. Ich hab grad, ich hab grad zwei Leuten einfach Headshot auf easy gegeben. Beide zwei. Ja, komm. Ja, komm. Warte. Ja, hat jemand die Minis, hat jemand noch Minis? Alle zwei gibt die mir. Ja, gut. Zwei Minis sind genau perfekt. Die Banage brauche ich noch. Uh, noch ein Mini, braucht auch kein mehr, aber... Ich hab schon alles. Noch nicht, noch nicht springen, ne? Nicht springen. Wartet auf mich. Ich hab' von noch mal an. Und dann, gehen wir. So, los geht's. Alle in die Sonne ritten. Ist sehr klar, ne? Boah, ist das ne geile Runde, oder? Wie viele Kills haben wir grad? 9, 2, 3, 4, Warte. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ja, 18 Kills haben wir jetzt. Da, da sind Luft. Hä? Der hat sich selbst in die Luft gesprengt. Der wollte mich nicht mehr. Ah, ich habe... Achso, ich hab' zwei Camping-Feier jetzt. Lol, cool. Hab' zwei Camping-Feier. Wer Camping-Feier braucht, der kommt zu mir. Hab' zwei Stück. Oh, noch ein Lagerfeuer. Digga, da liegt's so, kann ich haben. Digga, kann ich mitnehmen, oder? Und einmal ausdrängen. Dynamo. Ja, ich muss da eins durch, weil er hat weniger Leben. Komm' mal her. Ich... Bei mir place' ich gleich'n Lagerfeuer. Kommt alle her, die das brauchen. Okay, du kennst mich. Sind das die Leute? Okay, hier. Irgendwie man muss von mir. Ich, ich, ich bleib' da drinnen. Bleib' da drinnen. Okay, die Sohn kommt. Ja, mein Fachheit, und hast du John-Path noch? Warst du noch das? Ja, ich hab' einfach noch ein. Digga, kannst einen ganz schnellen Platzieren bei mir hier. Hier. Ja, warte, 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 es geht. Wer hat's? Ich. Hab' einen. Geh'n. 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 Wenigstens gehen wir hier hin. Das ist wichtig. Das ist wenigstens etwas, als wir hier bin. Weil sie gar nicht denken, dass wir hier sind. Vielleicht gibt es einen klug. Ich bin grad' sehr klug, Leute, ich bin grad' sehr klug. Oh, er hat mich gesehen, Digga, er hat mich gesehen, er hat mir Jacke in den Schuss gegeben. Er ist bei jemandem, ist bei mir. Jemand ist bei mir. Ich hab' einen, ich hab' einen. Ich hab' ... Ja, schenke, Digga! Na! Ja! Digga, geil! Uuuuuh!